Oh, es geht los Es geht ab Diese Zombies manchmal rein spawnen, die werden einfach so gedroppt dann Das ist selbst bei Jaina Sisters war das Den Tag so, da war so eine Förderplattform Die ist erst viel später gespawnt als meine Figur Wo ist denn der Dicke hier? Keine Ahnung, hier rechts von uns da Ah ok, warte mal, ich schließe den mal an, dann locke ich den mal an Ja Und erledige ihn mit Fass Doch nicht Fass Hat es geklappt Oh mein Gott Er verträgt echt ne Menge, der Junge Da lohnt sich echt nicht zum Angreifen Ne So, jetzt Hast du ihn denn die Luft gejagt? Ne, ich hab ihn erschossen Ah ok So, dann lade ich mal nach Sehr gut Sehr gut Jetzt könnten wir ja theoretisch hier rüber, ne Ja Ich folge dir Wo bist du da? Ok Ich glaube geradeaus Ja Eine Maßnahme Übrigens bei den Bei den ganzen YouTube Aufnahmen Wenn man sich das selber mal anguckt Da merkt man erstmal, dass man sich sprachlich wirklich noch weiterentwickeln muss Äh Wie oft man ne Oder ja Äh So komisch sagt Wo ich dann immer denke, so Oh Sven, ey Das Da musst du aber noch ein bisschen was machen Ne Ne Das stimmt Ja, da hast du recht Aber das ist, äh Glaub ich gar nicht so einfach Weil das Hm Es ist so fest einbrennt Ja Da muss man wirklich aktiv dann gegensteuern Also sich immer ständig Daran erinnern Ja, oder auch wenn man seine eigene Mundbewegung sieht Dass man dann nicht mit mit komplett offenem Mund redet Sondern manchmal so Mit so zuem Mund irgendwie so Mh, 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 mh Mh, mh, mh Hahahaha Meines Volkes Dann schrückt man sich ein zurecht Genau Voll der Sprachmongo Aber das coole ist ja bei uns Männern Wir verstehen uns ja auch so Also Ja Da sagt Ade Ja Wie auf der Jagd damals Ja So, wo laufe ich denn jetzt überhaupt hin Oh, ist da Wir haben da oben schon verbannt Genau, aber das ist ziemlich weit weg Mhm Was sagst du zum Verbanden oder hier die Spinne suchen Ne, such mal lieber die Spinne Oh Die Explosion kam aber nicht von uns Doch, das Ich hab den komischen Flammen denn da angeschossen Ah, okay Der jetzt wie ein Beklopter durch die Gegend rennt Und der hat dann das Fass angezündet in dem, wo er explodiert ist Ah, okay Boah Oh, Spinne wird verhalten Alter, was ist denn hier los? Ja Wir sind wahrscheinlich wieder zu langsam Ja Die Spielen in den Momenten Die Spielen in den Momenten Ja Der hat doch bestimmt wieder ein Maschinengewehr, oder? Ja Der hat doch bestimmt wieder ein Maschinengewehr, oder? Wahrscheinlich Ja Ich geh schon mal in die Richtung Mhm Das ist gut, dann sind wir vielleicht sagen Nimmungsfeuer Ja Oh ja, ich seh ihn Da irgendwo Da Ja Ich hab ihn erwischt, er ist tot Oh Aber der muss sich ja mit irgendwem anders duelliert haben Ja, er hat nach rechts geschossen In die Richtung da unten hin, also Da ist er Mhm Tja Auf jeden Fall ist er jetzt tot Ich geh mal zu ihm hin Jo Ey, warte, wo war der denn jetzt? Ich sehe ihn gar nicht Ich glaube hier irgendwo, oder? Ja Ja, stimmt Das hat er auch alleine gespielt Ja Ja, es kann sein, dass der vielleicht, äh, auch mal Zombies erschossen hat, oder? Kann auch sein Oh ja, da unten ist nur einer Da Da ist er Der hat mich erwischt Hat dich erwischt? Ja Gut Ah, mich hat er auch erwischt, oder? Alter Äh, der gerade, der hat, der zweimal geschossen Der sah aber schon sehr gut ausgerüstet aus, fand ich Ich will Gott Tja Tja Tja